Was hast du gegen ihn? Ich hab dir doch erzählt, dass ich mal mit diesen Idioten Gras geraucht habe. Du willst wohl mit den Großen mithalten, huh, Smokey? Hey, ihr könnt mir nichts Neues zeigen. Ihr Tacos, Nachos, Fressos, Schmackos, Conutos! Halt's Maul und nimm meinen Zug. Ich hab schon immer geraucht. Ich weiß, was Shit ist. Ich rauch das schon seit ich zwei bin. Hey, 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 mach mal langsam, Junge. Ich weiß schon, was ich tue immer an. Halt, gefälligst die Klappe. Hey, du Klugscheißer, immer langsam, immer langsam. Was ist das? Damit kommt man in den Hügel. Es hatte mich also schwer erwischt. Hey Mann, was ist? Du schäfst, das Zeug doch nicht so zu vertragen. Sobald er das gesagt hatte, fühlte ich mich irgendwie komisch. Oh Mann, ich erinnere mich nur noch, dass ich in Unterhosen auf der Straße gelaufen bin. Lass mich. Ich bin in Dibos Taubenkäfig und schnitzel wie ein Sklave. Nur meine Mom konnte mich da wieder rausholen. Und Mann!